Hallo, du hast einen Gutscheincode von MaonaTV bekommen? Dann zeige ich dir jetzt hier, wie du ihn einlösen kannst. Scrolle die Seite etwas nach unten. Hier siehst du links, relativ klein, sie haben einen Gutscheincode in blau und gib den persönlichen Gutscheincode ein. Super, jetzt wurde dir ein Gratismonat gutgeschrieben. Standardmäßig ist der günstige Jahrestarif ausgewählt und so wird dieser Betrag dort abgezogen. Du kannst aber auch wechseln zum Monatstarif, dann bekommst du den Gratismonat direkt angerechnet, zuzüglich zu deinen 14 Tage kostenlosen Test. Viel Spaß bei MaonaTV! Dem TV-Sender mitsehen!